Ne, es sind alle fünf. So, da kommt das nächste, die nächste Kuhherde. Danke, dies genügt, um uns vorerst vor einer Hungersnot zu bewahren. Wir sind guter Hoffnung, dass wir ohne Prapatstans Nahrung zurechtkommen werden. Wir werden Prapat nicht länger unterstützen, aber wir brauchen eure Hilfe. Um unsere Versorgung zu sichern, müsst ihr eine Straße aus Stein nach Vos Vapur bauen. Sie wird der Regenzeit trotzen. Schon unterwegs! Also werde ich das Territorium einnehmen müssen, um eine Straße zu bauen. Und es muss eine geflasterte Straße sein, okay. Wir haben genug Geld, also kauft weiter Stein und Eisen. Seid ihr jetzt Handelspartner? Ja, seid ihr. Also kann ich bei euch theoretisch Wolle und Kräuter kaufen. Auf euren Befehl! Verstanden! Wie ihr wünscht! Jawohl! Warum wär's mal so ein Weg? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen! Jo, Steine! Jo, Steine! Jo, Steine! Ich schau deinen Fuß jetzt an. Ich steine noch an. Tja, ganz schön. Wides, geht's! Ich schauze. Je zei, Gezt! Und ja, mit den Soldaten, die ich theoretisch jetzt dann anheuern könnte, könnte ich das Banditenlager leerräumen und würde an die Steinbruch- und die Eisenmine kommen. Okay. Wie ihr wünscht. Verstanden. Jawohl. Jawohl. Sofort. Sofort. Jawohl. Ein Außenposten wird angegriffen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich werde angegriffen. Verstanden. Schon unterwegs. Angriff. Alles klar. Na, kommt her. Wir haben ein Territorium eingenommen. Jawohl. Angriff. 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 Ihr müsst uns helfen. 20 Brote. Dürften wir hinkriegen. Verstanden. Ei. Jawohl. Ey, keine Verluste. Jawohl. Außer, dass Saraya ziemlich stark angeschlagen ist. Alles klar. Schon unterwegs. Oh, was ist mit denen? Die wollen wohl da an meinen Außenposten ran. Sollen sie es versuchen. Ein Außenposten wird angegriffen. Ein Außenposten wird angegriffen. Alles klar. So. Auf euren Befehl. Jetzt muss ich nochmal Steine kaufen hier. Aber das Geld dafür habe ich ja. Genauso wie ich die Kühe hier habe. So, der muss mir noch ein Brot backen. Dann können wir das Brot schicken. So, ich denke mal, wir haben jetzt ein bisschen Angriffspause. Bevor uns der Feind wieder auf den Keks geht. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sehr schön. Jetzt haben wir Stein. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Wie ihr wünscht. Alles klar. So, als nächstes holen wir uns die beiden Territorien, um an das Eisen und den Stein zu kommen, der hier versteckt ist. Vorwärts. Alles klar. Zum Angriff. Wie ihr wünscht. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ich denke, ich habe mir einen neuen Titel redlich verdient. Ja, sobald du aus der Burg zurück bist. Ei, in den Kampf! In den Kampf! Angriff! Angriff! Zum Angriff! Es gibt kein Zurück! Kämpft weiter! Kämpft weiter! Es gibt kein Zurück! Angriff! Ei! Ei! So, das waren die einen Banditen. Schon unterwegs! Alles klar. Dieser neue Titel schmückt mich. Schon unterwegs! Ei! Auf euren Befehl! Wie ihr wünscht. Hab wieder kein Eisen mehr wahrscheinlich, ja. Aber um das Problem werden wir uns ja auch gleich kümmern. Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Sofort! Alles klar! Unser Geologe beginnt sich zu einem Einsatz. Verstanden! 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 Wie ihr wünscht! Vielen Dank! Das reicht, um uns vorerst zu versorgen. Oh, jetzt verkaufen die uns auch Schafe. Das ist sehr gut. Schon unterwegs! Das ist sehr gut. Ob er das sieht. Wir sind jetzt so aufgerext. Es ist ein Spiel. Ich glaube, ich werde es hier noch nicht so machen. Ich werde es gerne anb spornen. Ich werde sie dort anboden. Auch hierher etwas tun. Wir sind gut noch nicht. Ich werde es jetzt übernehmen. Ich werde es auch nicht. Also, ich werde es hier... was ich bin... Was ist das? Das ist ein Spiel! Ich werde es wirklich cool. Ich werde es nicht. Ja, ich werde es übernommen. Es wird das so unten. Ich werde es noch nicht mehr. Ich werde es hier. Sofort! Verstanden! Sofort! Mal gucken, was der Geologe an Eisen aus der Eisenmine holen kann. Während ich etwas holzlos werde. Ausgesandt! So, Eisenmine. Sehr schön. Dann noch ein Steinbruch. Ah, er kommt für... ...die letzten paar Meter über die Straße. Der Geologe. Der Geologe. Der Geologe. Unsere Herden werden von wilden Tieren angefallen. Oh! Sofort. Wir haben ein Territorium eingenommen. In den Kampf. Sofort. Wie ihr wünscht. Jawohl. Jawohl. Nicht aufgeben. Wir haben genug gelitten. Der Hunger quält uns. Lasst uns nicht im Stich und sendet uns Nahrung. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, man merkt, Saraya ist jetzt stärker als die Tiger. Und ja, da ist das Schaf jetzt halt hops gegangen. Ist hier noch irgendwo Tiger auf dem Weg? Eigentlich nicht. Gut, da ist uns jetzt das Schaf hops gegangen, was wir eh zu viel haben. Eure Lieferungen werden nun sicher und schnell zu uns gelangen können. Habt Dank. Nur ein Handelsposten wird uns die regelmäßige Versorgung ermöglichen. Bitte errichtet einen solchen Posten in unserem Dorfe. Ein Karren wurde ausgesangt.